Ja, ich muss jetzt raus. Ich weiß nicht, wo ich lande. Ich weiß... Ne. Also, ich mache nichts. Ich hänge am Fallschirm, ja. Ich sehe auch Leute runter springen. Aber, das ist jetzt gerade... Schalte alle Ziele im Einsatzgebiet aus. Ne. So kannst du nicht spielen drunter. Das ist... Die kann sie nicht... Die treppe nicht hoch. Junge, wo läuft der hin? Da malst du jetzt nicht aus. Hier ist die Kiste. So, kann ich die öffnen? Ja, ich kann diese Kiste öffnen. Da ist ein K. Waffenwechsel geht gar nicht bei mir. Ja. Ich kann keine Waffenwechsel. Ich kann doch keine Platte an. Nein, hier ist doch nicht so eine Platte an. Ich sehe gar nichts. Timo, das ist für mich jetzt gerade hier... Das kann ich nicht. Ich habe keine Option. Ich drücke Option Knopf. Das geht nicht. Das einzige was ich machen kann, ich laufe zum Meer und ertrinke oder so. Keine Ahnung. Das... Ich habe... Ich clip das jetzt gerade, Alter. Da mal gucken. Da mal gucken. Ich habe nichts. Also, so was habe ich noch nicht erlebt. Boah. Mit dir schlecht bei, Alter. Längen ist dafür gar kein Ausdruck. Ne, ohne Scheiß. Das... Ich teleportiere mich die ganze Zeit irgendwo anders hin. Leute, er schießt mich. Vielleicht wird es im Gulag besser. Und die Waffe sieht so aus wie deine, Freunde. So, einfach nur weiß. Oder grau. Keine Ahnung. Ich kann auch keine Waffe wechseln. Geht nicht. Boah, das ist aber richtig abgepackt, Alter. Kann mich bitte jemand erschießen? Vorratskiste markiert. Sichere die Waren. Ich habe keine Map, Digga. Ich... Ich sehe gar nichts hier auf. Feindliche Drohne ist aktiv. Ja, feindliche Drohne. Dann sieht man mich jetzt. Okay. Tötet mich! Ich habe hier eine Kiste gefunden. Siehst du mich denn auf am Map? Ja, komm mal zu mir. Und dann könnte ich mich ja quasi in die Luft sprengen. Ich kann zumindest meine Klamotten einsammeln. Die feindliche Drohne ist aktiv. Ich will zu dem Geld. Nein, ich will das Geld ansammeln. Ey, ich kann das Geld nicht passen. Der rennt immer woanders hin, Alter. Ich bin tot. Er hat mich erschossen. Er hat mich erschossen. So, jetzt muss ich mir das angucken. Ich stehe da nur. Ich stehe da nur. Na, ich will das Geld dann nicht. Also das ist... Das ist Schmutz. Ich komme hier gar nicht raus. Hallo? Hallo! Entschuldigung! Ich möchte mich gerne bewegen! Kämpfe dich raus um zur Front zurück zu gehen! Oh, ich bin dran! Wenn du verlierst, bist du erledigt. Okay, jetzt guck dir das an. Beweise, dass du das noch drauf hast. Okay, wohin? Das war's. Wir schicken dich zurück zur Basis. Ey! Von ihm guckst du das an und du denkst dir, was ist mit ihm? Ist ja lustig, der einfach nur... Keine Ahnung. Scheiße. Ah! Jetzt könnte ich... Ey, Timo, Alter, ich hab 60 Schaden, du noch gar nicht. In meiner Situation, Junge. Okay. Boah, ist das krank. Da auch noch in der grünen Fahne, da ist irgendwie Kohle, oder was ist das? Ja, jetzt kann ich auch wieder auf den Dings zubereiten. Und... Verkarten. Das ist nicht normal. Oh, da, komm mal hier. Oh, die, keine Plak, werf gar nicht? Äh, die, ja, äh... Ah, ja. Uh, äh... Oh, ja. Achtung! Der ist erledigt. Jawohl. Untertitelung des ZDF, 2020 Du hast echt gewonnen. Unglaublich. Du kannst ja jetzt direkt bei der Ausrüstung. Den Krieg hast du mich verloren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Gott. Geh mal raus. Und ich hab' das geklickt. Jetzt muss ich erst mal ausmachen. Warte mal. Und du kannst ja jetzt auch nicht sagen. Tja, nicht im Ohh. Dschüss. Dschüss. Vielen Dank.